Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über die Vorschläge einiger Experten um den deutschen Katastrophenschutz zu verbessern, sodass die Bevölkerung zukünftig bei Umweltkatastrophen besser gewarnt werden kann. Auch die geplanten Maßnahmen und Vorschläge vom Innenministerium wollen wir uns heute anschauen. Einige dieser geplanten Änderungen werden in anderen Ländern schon seit unfassbaren 20 Jahren benutzt. Hat Deutschland hier mal wieder geschlafen? Wenn euch diese Themen interessieren, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz steht der Katastrophenschutz in Deutschland stark in der Kritik. Zahlreiche Politiker sprachen von Versagen und Fehlern. Nun fordert unter anderem der Landkreistag Rheinland-Pfalz, dass die Bevölkerung zukünftig besser bei Unwettern gewarnt werden kann, indem neue Warnsysteme eingeführt werden. So sagte der geschäftsführende Direktor des Landkreistages Burkhard Müller dem Südwestrundfunk folgendes. Zitat Wir brauchen neue Warnsysteme. Wir brauchen neue Warnsignale und wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für neue Warnsignale, damit sich die Bevölkerung darauf einstellen kann. Das erste was wir brauchen ist eine Sirenenertüchtigung, damit die Sirenen lauter werden. Zweitens brauchen wir neue Sirenensignale. Und wir müssen die Bevölkerung schulen für diese neuen Signale. Zitat Ende Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Derzeit vorhandene Sirenensignale seien beispielsweise bei Flutkatastrophen nicht ausreichend, da sie durch die Flut- und Zerstörungsgeräusche gar nicht zu hören sind. Zudem werden Sirenen von vielen Menschen im Prinzip gar nicht richtig wahrgenommen, da die meisten Menschen von einem Feuerwehreinsatz ausgehen. Nun müssen laut dem Landkreistag Rheinland-Pfalz neue Signaltöne für die neuen Situationen und Lagen installiert werden. Im Bezug auf die Warnsysteme forderte auch der Landesfeuerwehrverband eine Verbesserung der Warnsysteme und eine flächendeckende Einführung der Sirenenalarme in Form von einem modularen Warnsystem. So könnten analoge und moderne Sirenen die Sprachdurchsagen ausstrahlen, mit den digitalen Systemen wie Warn-Apps verknüpft werden und die Bevölkerung zukünftig beispielsweise über Smartphones alarmieren. Außerdem sei es schon lange technisch möglich Geräte wie die digitalen TV-Geräte, Werbetafeln und Anzeigen in öffentlichen Verkehrsmitteln bei Alarm direkt anzusteuern und somit Warnungen zu veröffentlichen. Laut dem Landesfeuerwehrverband sollten diese technischen Möglichkeiten auch genutzt werden. Auch das Innenministerium sieht hier Handlungsbedarf. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nun schon entsprechende Schritte eingeleitet, um beispielsweise bis Mitte 2022 landesweit das sogenannte Cell-Broadcasting zur Verfügung zu stellen. Laut Horst Seehofer habe der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Armin Schuster bereits in diesem Frühjahr eine Machbarkeitsstudie zur Katastrophenwarnung per Cell-Broadcasting in Auftrag gegeben. Die Stuttgarter Zeitung berichtete hierzu. Zitat. Die Ressourcen des bislang hauptsächlich für den Verteidigungsfall zuständigen BBK sollten in Zukunft besser genutzt werden, sagte Seehofer. Zusätzlich zur Umsetzung eines dafür bereits im März vorgelegten Konzepts zur Neuausrichtung der Bonner Behörde, werde es dafür im Herbst möglicherweise auch eine kleine Gesetzesänderung geben müssen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Die Telekom hatte sich in der vergangenen Woche dafür ausgesprochen, das dafür notwendige System aufzubauen. Auch Vodafone betreibt zudem zusätzliche Warnsysteme auf Basis von Cell-Broadcasting bereits für Behörden in mehreren Ländern, wie etwa Italien und Großbritannien und könne dies auch in Deutschland anbieten, sobald die Behörden dafür einen Auftrag erteilen. Über dieses System werden Kurznachrichten ähnlich wie SMS in einem speziellen Betriebsmodus versendet. Versendet werden können darüber nur Texte und Links, jedoch keine Bilder oder Videos. Die Adressierung an die Empfänger erfolgt dabei nicht wie bei normalen SMS-Nachrichten über Telefonnummern, sondern die Warnung wird als Rundnachricht an alle am Funkmasten eingebuchten Empfänger übermittelt. Sowohl Smartphones und auch ältere Handys unterstützen den Empfang der Übertragung, ohne dass eine App installiert oder bestimmte Einstellungen vorgenommen werden müssen. Die Cell-Broadcasts können dabei in verschiedenen Modus erfolgen. So kann beispielsweise eine bildschirmfüllende Nachricht mit Alarmsound versendet werden. Der Alarm des Telefons geht im Notfall dabei auch los, selbst wenn das Handy lautlos geschaltet ist. Das Gerät kann auch erst wieder benutzt werden, wenn die Meldung bestätigt wurde. Während Katastrophenwarnungen über den Mobilfunk weniger effektiv sind, da das System in diesem Fall oft überlastet ist, könnten Cell-Broadcasts auch weiterhin versendet werden, selbst wenn man nicht mehr telefonieren kann oder die Internetverbindung zusammengebrochen ist. Auch eine Benachrichtigung über Radio oder Fernsehen wird oft in Frage gestellt, da diese Medien von der Stromversorgung abhängig sind. Brechen bei einer Katastrophe allerdings auch die Mobilfunkanlagen weg, können natürlich auch keine Cell-Broadcasts mehr versendet werden. Laut Medienberichten halten Datenschützer diese Technologie für relativ unbedenklich, da von den Empfängern an die Masken keine Antwort gesendet wird. Tatsächlich ist das Cell-Broadcasting keine neue Technik, sondern wird von vielen Ländern wie beispielsweise den USA, Japan, Israel oder den Niederlanden schon seit über 20 Jahren eingesetzt. Doch auch Herausforderungen bestehen für die Einführung eines solchen Systems. Fokus schrieb hierzu. Zitat Dass ein Warnsystem mehr ist als eine Rundnachricht an ein paar Funkmasten, dürfte klar sein. Die genannten Länder haben deshalb nicht nur CB Support in den Mobilfunknetzen, sondern jeweils ein komplettes Public Warning System aufgebaut. Das bedeutet, es gibt Notfallzentralen, die die Warnmeldungen formulieren und diese über eigene Schnittstellen in die Mobilfunknetze einspielen. Das wurde jetzt auch in Deutschland angestoßen und es soll in einem Jahr über die Bühne gehen. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Weiter sprach sich Innenminister Horst Seehofer dagegen aus, dass der Bund den Ländern Zuständigkeiten im Katastrophenfall entzieht. Die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen soll beim Katastrophenschutz zukünftig verbessert werden. Tatsächlich sind nach aktuellen Richtlinien bei der Bewältigung akuter Katastrophenlagen Länder und Kommunen verantwortlich, während der Bund für den Schutz der Bevölkerung im Verteidigungsfall zuständig ist. Einige Parteien sprachen sich jedoch gegen diese Aufgabenverteilung aus. So sind beispielsweise die Grünen für einen höheren Stellenwert des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfen. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock veröffentlichte zudem einen 10-Punkte-Plan, das unter anderem eine zentrale Stelle für den Katastrophenschutz beim Bund vorsieht. Auch hier streben die Grünen mehr Zentralisierung an und mehr Macht für den Bund. Ob das am Ende der richtige Weg ist, darf zumindest bezweifelt werden. Und was denkt ihr? Findet ihr, dass dieses neue Warnsystem der richtige Weg ist? Und hat die deutsche Politik wieder viel zu spät gehandelt? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience Bis bald! Bis bald!